Meine Damen und Herren, wieder sprechen wir mit der ISS, mit Matthias Maurer. Das ist der Alt-Talk, den wir fortsetzen, jetzt unter einem ganz besonderen Aspekt. Wir sehen jetzt die Live-Bilder von der ISS. Die ISS ist gerade über dem Pazifik und das ist zwar nur 400 Kilometer von uns entfernt, aber es ist gefühlsmäßig weit entfernt. Wir wollen nämlich sprechen über Weihnachten, Weihnachten im All. Und ich begrüße ganz herzlich Matthias Maurer auf der ISS. Hallo und beste Grüße von der Internationalen Raumstation. Ich freue mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, ein paar Weihnachtsgrüße auch an die Zuschauer des Phoenix-Programms zu schicken. Wir schauen mal auf diese ganz besondere Situation von dir im All. Wir haben ja schon ganz viele Sendungen mit dir gemacht, aber das jetzt Weihnachten auf der ISS muss auch für dich was ganz, ganz Besonderes sein. Was macht man auf der ISS Weihnachten? Also an Weihnachten, da werden wir natürlich auch ein kleines bisschen feiern, so wie auf dem Boden. Wir werden auch Geschenke verteilen, zumindest habe ich was Kleines mitgebracht für meine Kollegen und ich habe schon gehört, dass auch Sie was haben. Wir haben einen kleinen Weihnachtsbaum und wir werden natürlich auch gemeinsam Abendessen. Wir bekommen mit der nächsten Versorgungskapsel ein spezielles Weihnachtsessen hochgeschickt. Das dürften wir so ein bisschen vorauswählen und ja, das werden wir ein bisschen feiern. Aber wir werden jetzt nicht an Heiligabend feiern vermutlich, sondern ein paar Tage später, weil wir bekommen mit der nächsten Versorgungskapsel sehr viele biologische Proben, Experimente hochgeschickt. Die müssen sehr schnell ausgeladen werden, weil in der Dragon-Kapsel haben wir die ja nicht gekühlt, so wie hier auf der Raumstation. Das heißt, die haben ein gewisses Verfallsdatum und müssen schnell abgearbeitet werden. Und die ersten Tage sind wir dann ganz intensiv damit beschäftigt. Das heißt, wir sind Weihnachtsarbeiter und alle Menschen, die auf dem Boden auch an Weihnachten arbeiten, denen können wir dann auch Grüße schicken. Ihr seid nicht alleine am Boden am Arbeiten. Auch wir hier oben werden Weihnachten ordentlich malochen müssen. Aber wir holen das dann auch nach. Jetzt sind wir natürlich unglaublich interessiert daran und es hört uns ja jetzt im Augenblick auch niemand zu und sieht zu. Was ist denn das für ein Geschenk, was du mitgebracht hast für die Kollegen da oben und die Kolleginnen? Ja, also ich habe mir so ein bisschen überlegt, was kann ich denn mitnehmen, was Kleines, was Leichtes, was trotzdem Freude macht. Und zwar haben wir ja alle einen Mission-Patch. Ich habe jetzt meinen Cosmic Kiss Mission-Patch, den ist hier auf dem T-Shirt angebracht. Und meine Kollegen haben auch einen Mission-Patch entwickelt. Wir haben einmal die Expedition 66 hier. Wir sind die 66. WG auf der Raumstation und haben deswegen ein schönes Patch. Aber wir sind auch mit der Dragon hochgeflogen. Wir sind die Dragon 3 Crew und deswegen haben wir dort nochmal einen Mission-Patch. Und diese drei Patches, die habe ich nun als Stempel herstellen lassen auf dem Boden. Und das habe ich dann für meine Kollegen dann als Geschenk hergestellt, sodass sie einen Weltraumgeflogenen Stempel haben. Und wenn sie auf dem Boden sind und dann Kindern erklären können oder wollen, was sie um den Weltraum gemacht haben, dann können sie einen Weltraumstempel an diese Kinder weitergeben. Also dann haben die Kinder sozusagen etwas, was schon einmal im Weltraum gewesen ist für sich persönlich. Und das ist so eine nette, schöne Idee. Ich habe auch einen Cosmic Kiss Stempel für mich mit dabei. Das ist mein eigenes Weihnachtsgeschenk. Jetzt nehme ich nicht an, dass ihr da oben eine Gans verspeisen werdet. Was gibt es zu essen? Ist das ein besonderes Essen jetzt? Ja, es ist ein bisschen Besonderes. Es ist ein Bonusessen. Das heißt, nicht etwas, was alltäglich hier auf der Liste steht. Was wir letztendlich jetzt bekommen, genau, das weiß ich schon gar nicht mehr. Das mussten wir ja vor ein paar Wochen schon aussuchen. Das wurde ja geplant, dass es in diese Kapsel reingeht. Wir haben auch noch ein bisschen, ich denke mal, ein paar Weihnachtsmützen dabei. Oder ich habe auch hier im Hintergrund meinen kleinen Paxi, meine ESA-Begleitperson für die Kinder schweben. Der Paxi ist ganz rot angezogen wie ein Weihnachtsmann. Also das ist dann so ein bisschen die weihnachtliche Dekoration, die wir dann haben werden. Das ist eine internationale Raumstation. Und das heißt ja auch, dass die Besetzung international ist und auch von verschiedenen Kulturen geprägt. Gibt es da so gemeinsame Traditionen auf der ISS? Gibt es verschiedene Formen, Weihnachten zu feiern? Ja, wir haben hier natürlich eine Kombination aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Sprachen, verschiedenen Ländern. Und sage ich mal, in Europa, auch in Amerika, ist Weihnachten am 24. Dezember. Also zumindest bei mir zu Hause in Deutschland packen wir am 24. abends die Geschenke aus. Jetzt habe ich aber schon von meinen Kollegen gelernt, dass sie erst am 25. am ersten Weihnachtstag die Weihnachtsgeschenke auspacken und verteilen. Das heißt, da müssen wir uns noch mal ein bisschen koordinieren, wann ich meine Stempel jetzt los werde und wann ich hoffentlich auch ein Geschenk von Ihnen bekomme. Und die russischen Kollegen, die feiern natürlich Weihnachten, sage ich mal, mehr im neuen Jahr. Da ist nach dem Kalender, dem alten russischen Kalender, ist das ja alles zwei Wochen zeitversetzt. Das heißt, wir haben hier mehrere Möglichkeiten, Weihnachten zu feiern, zu begehen. Und wir möchten natürlich allen Kulturen gerecht werden und allen Kollegen hier auch gerecht werden, sodass wir das dann feiern wie zu Hause, damit jeder das Gefühl hat, auch ein Stückchen Heimat dabei zu haben. Jetzt hast du eben gesagt, man sollte ein kleines Geschenk nur mit hochnehmen. Das kann man gut nachvollziehen. Du hast zwar das Gefühl, da ist jetzt ein großer Raum um dich herum, aber trotzdem, das ist ja sehr pragmatisch angelegt, wo was ist. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwo auf der Station ein kleiner Weihnachtsbaum existiert. Gibt es irgendeine Art von Dekoration für Weihnachten? Ja, also in der Tat haben wir sogar zwei Weihnachtsbäume. Einen Weihnachtsbaum im russischen Teil der Station und einen im westlichen Teil der Station. Wir haben ja zwei Bereiche, wo wir einen Tisch haben, an dem wir essen können. Dort gibt es zwar keine Stühle, weil wir schweben ja alle um den Tisch. Und den Tisch, den können wir auch von beiden Seiten verwenden, weil wenn wir uns auf den Kopf drehen, dann ist die Unterseite des Tisches genauso gut der Tisch. Das klappt alles im schwerenlosen Raum. Und unten und oben ist auch eh dort, wo der Kopf ist. Also dort, wo mein Kopf ist, ist für mich immer oben. Das ist jetzt gerade da. Aber wenn ich nachts schlafe, hier in der Kabine, dann liege ich in der Richtung und dann ist es oben für mich dort. Und wenn ich morgens dann rauskomme mit dem Kopf in der Richtung, dann ist es da unten oben für mich. Alles vielleicht ein bisschen verwirrend, aber der Kopf sagt einem schon Bescheid. So, diese Weihnachtsdekoration, die wir dann haben, der Weihnachtsbaum, den mussten wir gestern erst einmal suchen. Der war nämlich nicht dort, wo er angegeben war. Von der Bodenkontrolle gibt es ja immer die Information, das Material, was er sucht. Das ist in der in der Tasche, an der in der Stelle. Manchmal verlegt man auch diese Tasche und da waren wir alle schon in einem leichten Panikmodus. Weihnachten ohne Weihnachtsbaum, das geht doch gar nicht. Aber dann war diese Tasche dann ins russische Modul rübergetrifftet. Und sie hatten dort zwei Weihnachtsbäume und waren dann so nett, diesen Weihnachtsbaum gestern Abend gemeinsam zum Abendessen dann auch rüberzubringen. Also Weihnachten ist gerettet. Weihnachten ist gerettet, das freut uns natürlich auch auf der Erde sehr. Die Frage ist jetzt, wenn wir mal sehen auf die Raumstation und sehen, wie dort Gegenstände, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, herumfliegen, müsst ihr eigentlich auch mit vielen Dingen sehr vorsichtig sein. Jetzt gerade, wenn es um Geschenke geht, wenn es um Verpackung geht, wenn es um einen solchen Weihnachtsbaum geht, muss man das dann alles genau befestigen, damit da nichts schief gehen kann? Ja, ich demonstriere das gerade mal. Ich habe zum Beispiel, als ich das allererste Mal auf der Raumstation kam und gesehen habe, wie diese teuren Kameras, die wir ja hier oben haben, wie die befestigt sind. Das ist alles nur ein kleiner Klettverschluss und dann kann ich das einfach hier an die Decke dagegen, ja, das war Quad Era Demonstrantum, hat jetzt nicht funktioniert, aber dann drücke ich das mal hier dagegen und schon hängt die Kamera stabil an der Decke und schwebt nicht mehr weg. Und wenn ich sie brauche, kann ich sie einfach dann wegziehen und schon habe ich sie griffbereit in der Hand. Also man muss aufpassen, dass das Material irgendwo befestigt ist, deswegen haben wir überall Klettbänder, aber manchmal stößt man auch unbewusst gegen etwas und dann driftet das weg. Und hier haben wir auch unseren Versuchsaufbau, wo wir Blutproben dann abnehmen. Und wenn ich mir die Nadel in den Arm reinschiebe und dann muss diese Nadel naja natürlich auch entsorgt werden, sodass er nicht meinen Kollegen nachher ins Auge reinschwebt, das wäre ja eine Riesengefahr. Deswegen haben wir dort spezielle Container, wo ich etwas reinstecken kann, wo man nichts mehr rausfliegt. Und dieser Container wird dann auch nochmal dreifach verpackt, weil biologische Abfälle, also Abfälle, die potenziell dann auch jemanden kontaminieren könnten, die müssen natürlich extra entsorgt werden. Genauso ist auch alles, was mit den menschlichen, sag ich mal, den Körperabfällen zu tun hat, also mit Pipi oder wenn man halt mal das größere Geschäft machen muss. Das wird alles immer extra verpackt, damit dort keine Gefahr entstehen kann. Jetzt stelle ich mir mal Weihnachten vor in einer besonderen Atmosphäre. Wir sehen jetzt Bilder. Du bist mit der ISS im Augenblick auf dem Weg nach Nordamerika. Du bist über dem Pazifik. Das sind zwar nur 400 Kilometer von der Erde selber, aber du hast ja in der ersten Folge von Alltalk schon gesagt, das ist ein ganz besonderes Gefühl. Da ist man nicht nur schwerelos, sondern auch in einer ganz besonders euphorischen Situation. Aber jetzt frage ich mal umgekehrt. Weihnachten ist für uns alle was ganz, ganz Besonderes. Wäre man da nicht mal ganz schnell gebeamt auf der Erde lieber vor dem Weihnachtsbaum zu Hause? Ja, also Weihnachten ist natürlich etwas ganz Besonderes. Ich bin natürlich sehr gerne zu Hause bei der Familie, bei den Freunden. Weihnachten ist ja die Gelegenheit, wenn man, ich lebe jetzt ja in Köln, aber ich komme aus dem Saarland, wenn ich dann nach Hause reise und dann auch die Freunde treffe, die auch nicht mehr im Saarland leben, sondern nur vielleicht an Weihnachten die Gelegenheit haben, nach Hause zu kommen. Und dann trifft man sich und dann kann man sich austauschen und erfährt, ja, was ist eigentlich bei dir im letzten Jahr passiert und was gibt es Neues und was sind deine Pläne für das nächste Jahr? Das wird natürlich ein Moment sein, den ich jetzt verpassen werde. Aber ich glaube, dieses Weihnachten für mich, das wird so einzigartig sein. Ich weiß ja nicht, ob ich jemals noch einmal die Gelegenheit haben werde, noch einmal Weihnachten, Neujahr im Weltall zu verbringen. Also ich möchte das wirklich mit jeder Haarspitze, die ich habe, hier in mich aufsaugen, mitnehmen, ausleben, auskosten. Und ich glaube, für den Rest meines Lebens werde ich dann an Weihnachten genügend Gelegenheit haben zu erzählen. Mein letztes Weihnachten habe ich im Weltall verbracht und da hatten wir etwas ganz Besonderes. Ich werde natürlich aber auch meine Familie anrufen können und meine Freunde ganz kurz und dann auch noch einmal die ersten Eindrücke von hier oben zu Weihnachten weitergeben können. Man sagt immer so schön, Weihnachten ist das Fest der Liebe und auch das Fest der Ruhe und des Friedens. Du schwebst über der Erde und du weißt ganz genau bei allen Informationen, die wir haben, wo überall Krisen sind, wo Kriege sind, wo Menschen umkommen. Das ist so ein ganz besonderes Gefühl, kann ich mir vorstellen, wenn man überall diesem schwebt und Gedanken daran hat. Ja, also wenn ich hier aus dem Fenster schaue und jetzt halte ich ja gerade auch wieder meinen kleinen Miniglobus in der Hand. Also ich sehe wirklich, die Erde ist eine Einheit, eine Kugel. Alles, was auf dieser Erde passiert, hängt irgendwie zusammen. Und wenn ich ein Außerirdischer wäre, momentan bin ich ja ein Außerirdischer und auf diese Erde schaue und mir dann vorstelle, die Menschen auf diesem Raumschiff Erde, die haben Probleme miteinander, die bekämpfen, die bewegen sich, dann ist das für mich unvorstellbar. Das ist einfach unerklärlich. Das ist wie eine Meuterei auf einem Schiff. Das kann nicht funktionieren. Ein Schiff, ein Raumschiff, ein Planet kann eigentlich nur optimal laufen funktionieren, wenn die komplette Besatzung zusammenarbeitet, wenn wir zusammenhalten. Gemeinsam, und das erlebe ich ja hier jeden Tag auf der Internationalen Raumstation, gemeinsam können wir einfach Unglaubliches leisten. Wir können so viel erreichen, wenn wir unsere Kräfte und unsere positive Energie bündeln. Und wir sollten nicht unsere Energie durch negative Sachen aufziehen lassen. Also von daher wünsche ich mir natürlich auf der Erde, dass viel mehr Kooperationen entstehen, viel mehr internationale Zusammenarbeit, viel weniger Konflikte zwischen den einzelnen Kulturen, sondern man sollte das Positive in den unterschiedlichen Kulturen erkennen, die Unterschiede nicht als etwas Negatives, sondern als Bereicherung wahrnehmen. Und auch jetzt in diesen Zeiten der Pandemie mit Corona bin ich auch wirklich dann erschüttert zu sehen, wie der Glaube, das Vertrauen in die Wissenschaft, in die Technik, in den Fortschritt schwindet, dass die Menschen viele Errungenschaften, die wir in den letzten Jahrhunderten von Jahren im Bereich der Medizin und Forschung erzielen konnten, plötzlich wieder in Frage stellen. Ich bin jetzt hier im Weltall. Und wenn ich alles in Frage stellen würde, was wir hier oben machen, wenn ich alles selbst kontrollieren möchte, dann könnte ich nicht ins Weltall fliegen, weil das ist so komplex. Ich kann das nur machen, indem ich auf die Teams, auf den Boden, auf die Wissenschaftler, auf die Technik vertraue. Und dieses Vertrauen, das muss man natürlich aufbringen. Aber komplexe Unternehmen heutzutage, Krisen kann man nur meistern, wenn man sich auf Experten verlässt, wenn man alles Expertenwissen an sich zieht, wahrnimmt, aufnimmt und auch dann wirklich anwendet. Und von daher würde ich mir wünschen, auf der Erde würden wir unserer Krise momentan wirklich mehr mit Expertenwissen entgegentreten. Matthias, ganz herzlichen Dank. Das sind auch ein bisschen mahnende Worte von jemandem, der über den Dingen so ein bisschen schwebt, aber ganz genau weiß, was auf der Erde passiert und all diese Konflikte, Schwierigkeiten und Problematiken kennt. Matthias, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir und den anderen Astronautinnen und Astronauten alles Gute. Und das, glaube ich, kann man auch von uns allen hier in Bonn sagen und auch von allen Zuschauern. Habt schöne Weihnachten, feiert schön und alles Gute bis zum nächsten Mal. Wir werden uns wieder hören und sehen. Tschüss, Matthias. Schönste und beste Grüße. Ich wünsche allen unseren Zuschauern und allen, die auch nicht zuschauen, frohe, besinnliche Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr. Vor allen Dingen bleiben Sie alle gesund und machen Sie das Beste aus dem neuen Jahr. Tschüss. Tschüss.